Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, häufige Aktivierung des Überdruckventils des Kraftstoffsystems Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC und gilt für OBDI-Fahrzeuge Dies kann Fahrzeuge von Dodge, Toyota, Ford, Honda, Chevrolet, Dodge, Ram und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt Obwohl genau, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren Wenn in Ihrem Fahrzeug der Code P018F gespeichert ist, hat das Antriebsstrangsteuermodul PCM ein Problem mit dem Kraftstoffdruckbegrenzungsventil festgestellt In diesem Fall bedeutet dies, dass das PCM ein überaktives Kraftstoffdruckentlastungsventil festgestellt hat Dieses Ventil soll den Kraftstoffdruckentlasten, falls er eine übermäßige Menge erreicht In den meisten Fällen wird das Kraftstoffdruckbegrenzungsventil über einen Magneten betätigt, der vom PCM gesteuert wird Das Ventil befindet sich typischerweise an der Kraftstoffeinspritzschiene oder der Kraftstoffversorgungsleitung Das PCM überwacht ein Eingangssignal vom Kraftstoffdrucksensor, um festzustellen, ob der Betrieb des Kraftstoffdruckbegrenzungsventils erforderlich ist Wenn der Kraftstoffdruck entlastet wird, wird überschüssiger Kraftstoff über einen speziell entwickelten Rücklaufschlauch zum Kraftstofftank zurückgeleitet Wenn der Kraftstoffdruck einen programmierten Grenzwert überschreitet, legt das PCM eine Zeitlang Spannung und oder Masse an das Ventil an, die ausreicht, um den Betrieb einzuleiten und den Kraftstoffdruck in einem akzeptablen Maße abklingen zu lassen Wenn das PCM über einen festgelegten Zeitraum eine ungewöhnliche Anzahl angeforderte Aktivierungen des Kraftstoffdruckbegrenzungsventils feststellt, wird ein Code P018F gespeichert und eine Störungsanzeigelampe, Miel, leuchtet möglicherweise auf Einige Anwendungen erfordern möglicherweise mehrere Zündzyklen mit einem Fehler, damit die Mielbeleuchtung erfolgt Was ist der schwere Grad dieses DTC? Da ein übermäßiger Kraftstoffdruck dazu beiträgt, dass ein Code P018F gespeichert wird, und ein übermäßiger Kraftstoffdruck zu ernsthaften mechanischen Schäden führen kann, muss dieser Code als schwerwiegend angesehen werden Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P018F-Fehlercodes können gehören Reiche Abgasbedingungen Rauer Leerlauf, besonders beim Kaltstart Verminderte Kraftstoffeffizienz Fehlzündungscodes des Motors aufgrund verschmutzter Zündkerzen Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen P018F-Übertragungscode können sein Sensor für schlechten Kraftstoffdruck Kraftstoffdruckregler Defekt unzureichender Unterdruck zum Kraftstoffdruckregler Kraftstoffdrucksensor oder elektronische Kraftstoffdruckregler Kreise öffnen oder kurzschließen PCM oder PCM-Programmierfehler Fehlerhaft Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P018F? Vor der Diagnose eines Codes P018F benötigen Sie Zugriff auf einen Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohm-Meter, DVOM, ein manuelles Kraftstoffdruckmessgerät mit geeigneten Armaturen und Anbaugeräten, und eine zuverlässige Fahrzeuginformationsquelle Überprüfen Sie nach einer sorgfältigen Sichtprüfung der Systemverkabelung und der Steckverbinder alle Systemvakuumversorgungsleitungen und Schläuche auf Anzeichen von Rissen oder Zusammenbruch, reparieren oder ersetzen Sie Kabel- und Vakuumschläuche nach Bedarf Suchen Sie den Fahrzeugdiagnoseanschluss und schließen Sie den Scanner an, um alle gespeicherten Codes abzurufen und Bilddaten einzufrieren Sie können Ihrer bevorstehenden Diagnose helfen, indem Sie diese Informationen aufschreiben und für später beiseite legen Dies gilt insbesondere für den Fall, dass es sich um einen intermittierenden Code handelt Löschen Sie nun die Codes und testen Sie das Fahrzeug, um festzustellen, ob es sofort zurückgesetzt wird Sollte der Code sofort zurückgesetzt werden Schritt 1 Überprüfen Sie den Kraftstoffdruck, um festzustellen, ob er zu hoch ist Wenn dies nicht der Fall ist, vermuten Sie einen defekten Kraftstoffdrucksensor oder ein fehlerhaftes PCM Und fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn der Kraftstoffdruck zu hoch ist Fahren Sie mit Schritt 2 fort Schritt 2 Verwenden Sie den DVOM und die Fahrzeuginformationsquelle, um den elektronischen Kraftstoffdruckregler, falls zutreffend, zu testen Wenn der elektronische Kraftstoffdruckregler nicht den Angaben des Herstellers entspricht, ersetzen Sie ihn und testen Sie das Fahrzeug, um sicherzustellen, dass die Störung behoben ist Wenn das Fahrzeug mit einem mechanischen, vakuumbetriebenen, Kraftstoffdruckregler ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass es ständig mit Vakuum versorgt wird, Motor läuft, und dass intern kein Kraftstoff austritt Wenn der Kraftstoffdruck zu hoch ist und der Regler über ein ausreichendes Vakuum verfügt, vermuten Sie einen defekten Vakuumregler Wenn der Regler intern Kraftstoff ausläuft, betrachten Sie ihn als defekt und ersetzen Sie ihn Testen Sie das Fahrzeug, bis das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt oder der Code P018F zurückgesetzt wird Schritt 3 Verwenden Sie den DVOM und die von Ihrer Fahrzeuginformationsquelle abgeleiteten Spezifikationen Um den Kraftstoffdruckregler gemäß den Empfehlungen des Herstellers zu testen, ersetzen Sie den Regler, wenn er nicht den Anforderungen entspricht Wenn Sensor und Regler den Spezifikationen entsprechen, fahren Sie mit Schritt 4 fort Schritt 4 Trennen Sie alle zugehörigen Steuerungen von den zugehörigen Stromkreisen und überprüfen Sie mit dem DVOM den Widerstand und den Durchgang einzelner Stromkreise Reparieren oder ersetzen Sie Stromkreise, die nicht den Empfehlungen des Herstellers entsprechen Wenn alle Komponenten und Schaltkreise in gutem Zustand sind, vermuten Sie, dass das PCM defekt ist oder dass ein Programmierfehler vorliegt Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Hochdruckkraftstoffsysteme testen Bei einem defekten Kraftstoffdruckbegrenzungsventil wird kein Code P018F gespeichert